Jans und herzlich willkommen zurück zu Wreckfest Es geht weiter hier in der Weltmeisterschaft Bei der Karriere Und äh Wir haben hier noch ein paar Rennen offen Ich würde jetzt einfach mal Alter Acht Acht Rennen Für eine Serie Na gut Champions of Champions Mit den schnellsten Wagen Den schwierigsten Strecken Und den absoluten Top Top fahren Ist dies der Höhepunkt der Volk Race Hier braucht man unglaubliche Fähigkeiten Und darf nicht simperlich sein Let's go Wenn wir wieder ein gutes Auto dafür haben Ich würde jetzt mal den Boomer hier nehmen Es hat mindestens eine Runde in Führung Mal schauen Diese Rennen In der Meisterschaft Haben sie ja mittlerweile in sich Vor allem acht Rennen Für eine Rennserie Schwierig, schwierig Schwierig, schwierig Schwierig, schwierig Das ist die Strecke, die ist ein bisschen mies Von all diesen Kursen hier Von all diesen Kursen hier Shit Leider ziemlich Ne, untersteuert Komm schon Das sind zumindest gerade die zweite Aber wie man das schaffen soll Um eine Runde in Führung zu bleiben Fragwürdig Können die anderen zu gut fahren Das ist die Strecke, die anderen zu gut fahren Das ist die Strecke, die anderen zu gut fahren Kugel kann man ziemlich gut reinpreschen mit viel Speed. Ich denke mal, ich kann das, was ich das halten kann. Der zweite ist direkt hinter mir. Ja, ganz close. Okay, jetzt bringen wir sie ein bisschen Abstand zu kriegen. Okay, erster werten wir, aber das Ziel nicht erreicht. Schade. Aber erster Platz. Bad Level 40, auch gut. Ich fahre die beste Runde. Firewood Motor Center. Okay, das sieht ein bisschen mies aus. Die Hauptstrecke ziemlich kurvig. Wieder mit 24 Leuten. Das Auto hat zwar Speed drauf, aber eben ungesteuert. Ziemlich. In Kurven. Ich weiss nicht, wenn ich da was umstellen würde, ob das helfen würde. Okay, das war schön. Okay. Das war auch ziemlich schön gelungen. Nice. Ja, das war schlecht. Aber wir haben gerade einen guten Vorsprung zum zweiten Platz. Wir haben schon schon so eine Runde Zeit. gar nicht bemerkt. Fünf Sekunden Vorsprung haben wir. Das sieht gut aus, dass wir diesen Vorsprung aufhalten können, solange nichts Spätestens passieren wird. Okay, beste Runde. Okay, gut. Der Vorsprung baut sich immer mehr auf. Okay. Noch mal Glück gehabt. Nice. Und beste Runde. Sehr gut. Haben wir wenigstens dieses Ziel erreicht. Und Level 40 auch. Finn crosses your Crit Hauptstrecke während des Rennens auf Position 1. Mal schauen, ob es wieder so gut und einfach läuft. Glaube ich zwar nicht unbedingt, aber wir werden sehen. Das war schon mies. Mein Auto ist schon ziemlich schrubt. No. Leute. Macht doch Platz. Mann. Macht doch Platz. Okay, die Strecke ist überhaupt ziemlich eng. Komm schon. Nein. Das sieht schlecht aus. Achte Platz. Ah, ich glaube nicht, dass ich das noch einholen kann. hat mich auch ziemlich nervt. Alter, der hat mich absichtlich rausgeschmissen. Aber immer noch. Okay, fünfte. Erster Platz werde ich nicht mehr erreichen. Aber vielleicht kann ich den fünften Platz halten oder noch den vierten hier vorne kriegen. Okay, der hat sich selbst darin ausgeschossen. Er hat sich selbst darin ausgeschossen. Das war hart. Das war hart. Das war hart. Northland Raceway. Innere Route. Lass mindestens zwei Gegner rausdrehen. Und dann mache ich mit Leichtigkeit. Und mit Freude. Und mit Freude. Let's go. Mit Freude. Mit Freude. Oh, der... Alter, Alter, Alter! Holy moly Okay, da hat es sich grad ziemlich gestaut Wenn sie es ein haben, haben wir schon mal What the fuck passiert hier? Die Strecke ist auch ein bisschen mies, man hat schlechten Überblick Uhuhuhu, Zweirad-Action Neunter Platz, sieht schlecht aus Schön als Brande benutzen Nice Siebter Die kommen voran Aber nicht allzu gut, da wollte ich zu viel Ne, 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 diesmal nicht Diesmal muss ich da keinen Abgang Noch einen müssen hier raus drehen, mindestens Irgendwo muss Die perfekte Uhuhuhu Shit, 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 shit Diese Geräusche manchmal Wenn ich hier mache Ich muss die perfekte Gelegenheit bekommen Jetzt Nice Ist sonst sogar noch dritter Platz geworden Okay Eine Runde Das war ganz schlecht Was auch Ja Geht so Es hat zweiter Platz Aber Kurve schlecht genommen Habe ich den Felsen schon vor mir gesehen Ich versuchte alles raus zu Holen Holen was gehen Nice Das sollte Genügen Perfekt Erster Platz Nice Und beste Runde Und das Ziel erreicht Was will man mehr Wir haben jetzt noch vier Rennen vor uns Ich würde sagen Ich splitte das wieder auf Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Wreckfest Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wenn es hier weiter geht Bei diesem Rennen Event Haut rein und bis zum nächsten Mal Tschüss